Was machst du da? Unzulässiges Tuning oder? Nein, nein, da ist ein Schraublocker. Das gibt es ja oft, gell? Da hattest du manchmal mehr. Ja, solche kenne ich auch. Du musst immer so fahren, dass du den Trick beherrschst. Machen wir das Fenster auf, das mir dein Gesicht zieht. Ach, ein Schlosser Bub. Gut aus, perfekt. Ich habe jetzt extra mal nichts. Genau, das ist die Bremse. Das ist eine Pylone und eine linken nebendran. Ich mache dir jetzt den Motor an und dann kannst du mal ein bisschen ranpassen. Das ist doch nur ein Parcours. Und ohne rumrutschen. Nicht rumrutschen. Die Reifen kaputt. Die Reifen kaputt. Das ist doch nur ein Blimeber, weil ich die Bremse zuschneid. Sieht das, weil ich die Bremse1-macht bin. Sieht das, wie in die Bremse1-macht bin. Sieht das, was sie schraubend? Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut, Robert? Ja, okay. 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 Gut.